Am Anfang war die Idee, es folgte die Vision Großes zu schaffen. Von Glas, das uns allgegenwärtig umgibt, das wir im Detail perfektionieren. Maschinen wie Tänzer im Rhythmus der Produktion. Menschen, die für Schutz und Sicherheit sorgen. Mutig bei Form und Funktion. Das Wissen weiterzugeben als wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Fließende Prozesse ermöglichen höchste Qualität. Zum Leben und Wohlfühlen gemacht. Kontrolle und Sorgfalt in jedem Handgriff. Werkstoffe, die wir von gut zu perfekt verwandeln. Wir liefern schon heute Glas- und Kunststofflösungen auf Anfragen von morgen. Für Vorausdenker und Enthusiasten. Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition. In dem uns Leidenschaft als wirklich treibende Kraft inspiriert. Stets den Blick in die Zukunft gerichtet. Erfahrung führt zur Erkenntnis, mit der in diesen Hallen Großes geschaffen wird. Dinge, die jeder tagtäglich sieht und spürt. Das ist, was uns antreibt und bewegt. Optimierung der Vernetzung von Entwicklung und Fertigung durch Industrie 4.0. Handwerkliche Präzision, die jede Vorgabe übertrifft. Führt zur Qualität in Material und Verarbeitung. Daran arbeiten und forschen wir jeden Tag. Um Ideen umzusetzen und den Wandel, den wir seit über einem Jahrhundert mitgestalten, beobachten zu können. Das ist der Lohn für unsere Arbeit. Unermüdlich, bis sich letztendlich alles zusammenfügt. Frerichs Glas Fantas Krass Dach quin Du ring se r Z centr z dah stir zu se